Achtung Achtung jetzt wird's wieder heiß und fertig wir spielen wieder GTA 5 Klasse mit einem Pseulte zusammen mit Hiro, Verpesser, Tomi und Rungsmunks. Yeah! Hi! Wenn ihr euch nicht umbenennt werde ich die Anmode gleich nicht hinkriegen. Kein Turbostart. Ich hab doch getuelt, hä? Ich hab doch gerade ausgestellt. Ich hab auch getuelt. Tja. Ich gleite einfach rein. Ja, geht nicht schon. Jo! Man hätte direkt den nächsten nehmen würden auch. Ja. Ja. Ja, Hase, ne? Ach Gott ey, meine Hände sind voll eingefroren. Recht zu kalt hier. Hast du keine Heizung? Ja. Doch! Doch! Hä, wo habt ihr hier Probleme? Hier hochzukommen los? Ja, weil ich vorne das war. Das war easy first, hä? Hallo! Na... Na... Er hat Engel zu spüren. Nein! Na, was machst du denn? Irgendwie hat er voll was gesehen heute. Ja, Schatz. Was? Nein! Oh, ich bin zu viel. Ich wollte einfach zu viel. Morgens, ey! Ich bin durch den Wurst komplett. Morgens hat sich der Punkt niemals schockt. Hahahaha. Habe ich sowieso nicht. Diese second 12. Na, scheiße. Nein! Ich hab vergessen, es ist so. Ich wollte es einfach zu schnell, Krane, dass wir das brauchen. Oh, jetzt schau ich's nicht hin. Na, er kommt nicht durch YouTube. Ja, nix. Was? Ey, ich komm nicht mal hoch. Was los? Er will einfach direkt rein. Ich hab ihn nach vorne geguckt. Hast du ihn bekommen? Hä? Ne, hat er nicht. Ey, was ist jetzt los hier? Da muss ich noch eine Wand hin machen. Ja, ja. Jetzt kommt der schwierigste Punkt für uns, aber... Wie soll man den... Ah, easy. Nein. Wie soll man den achten? First time. Ja, okay. Machst du da so schnittet oder was? Ach, man muss da so gleiten? Ja. Habe ich natürlich gemacht. Gleiten? Ja. Habe ich natürlich gemacht. Ja, du denkst leiden. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Aber... Ich schnittet den Punkt, dein Ernst. Ich wär... Ich bin einfach gegen gefahren. Und... Oh. Ich hab gar nichts gemacht. Finally, hier wieder oben. Das war null Absicht. Jetzt hab ich hier so ne Schnecke vor mir. Hehehe. Nur ne Schnecke. Hehehe. Hehehe. Ja, ich mein so... Äh, einen langsamen Fahrfahr. Aber lass dich nicht stressen. Ah, scheiße. Hehehe. Wie macht man das? Wie macht man das? Ja, gerade so bekommen den Punkt. Hm. Kein Verfahren. Und dann gibst du nichts. Hehehe. Hehehe. Mann, das ist ein guter Tipp. Nein! Aber das ist auch eigentlich ein Controller. Das ist wichtig für mich. Ja. Weil rückwärts fahren ist irgendwie ein bisschen kacke. Nein. Hier, wo der Pro versucht ist richtig. Er schießt sich hoch. Ich werd ja wohl diesen Punkt jetzt hier kriegen, Alter. Ja. Ja, nein. Jetzt nicht hier. Hehehe. Ja, ich bin noch hoch. Scheiße. Na, warum schrieg ich auch? Uh! Nein, ich bin runtergefallen. Komm. Bray, hast du die Slides denn immer geübt? Nein. Mann. Ja, mach das doch mal. Das macht mega Bock, Alter. Ja, bin ich ja. Kann man noch nicht dazu. Deswegen baue ich halt immer. Hehehe. 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 Das war ja... Das war wirklich, ey. Ich geb einfach Gas. Er so, das ist der schwerste Punkt. Ja. Schwer. Ich freue mich nicht mehr in diesen scheiß Bus rein, ey. Ich spaw auf die ganze Zeit wieder letzte Bobbe, ey. Warum machst du sowas? Ah, jetzt geht's. Jetzt hab ich den geilen Spawn. Ja. Mann, Mann, selbst macht das auch keine Spawn. Beste Arzt. Ja. Easy. Weißt überhaupt, kommt hier noch was? Ja, extra. So, ja. Kann man hier nicht drüber speeden? Vom Ernst? Soll ich's riskieren? Ich schaue mal. Ja, ich hab den Punkt. Hehehe. Wo ist das so wahr? Jetzt hab ich das doch. Irgendwie. Ging das doch mal. Wow. Jetzt hab ich's mal first trial. Dann bist du auch gerade ausgeheizt. Ja. Hehehe. Hehehe. Na, ja. Mach den Slide. Hehehe. Hehehe. Ich hab halt einfach Gas gegeben, bisschen nach hinten gezogen war ich da drüber. Hehehe. Ja, mit Slide ist es genauso einfach. Hehehe. Wenn man den kann, ja. Hehehe. Hehehe. 20 Minuten. Hehehe. 20 Minuten. Tomi meinte maximal 10 Minuten dauert die Map. Ach, scheiße. Sie hat jetzt nur 5 gedauert, Freunde. Wir sind uns deswegen bei der nächsten Map. Das recht. So, willkommen zurück. Nächste Map. Crazy Jumps. Von Sommerkind. Von Sommerkind. Ich bin zu weit geflogen. Hehehe. Hehehe. Viel zu weit, Alter. Ich hab noch die Pylone da kaputt gemacht und direkt dahinter ist es aber schon. He? Okay. Ich hab den Punkt gar nicht gesehen. Wie hab ich gesagt. Ach, come on. Jetzt flieg ich da gegen die Streben. He. Mangs, Mangs hat's? Ne. Man sieht das schon, dass du es hast. War ein mega guter Versuch, Mangs. Alles klar. Lass mich feststecken. Ach, come on. Ich flieg da schon wieder gegen. Was ist denn hier los? Heineri. Na? Tomi und Verpässe wieder first. Erstmal, oder was? Hm. Second trip. Richtig. Ne. Second trip. You're out. Nein, ich rutsche runter. Come on. Du brauchst die Fahrer gegen die Wand. Ach so, man muss... Okay. Man muss richtig niedrig bleiben. Hm, ja. Finally. Bei Wallride, oder was? Ja. Ja, das ist richtig neu. Ja, nein. Tschüss. Also, komm mal unter der Wand her, oder was? Ja, warte. Hey. Hey, was macht ihr? Ich hab nicht mal die Auffahrt. Weiß ich nicht. Der Punkt ist wahrscheinlich irgendwo hier an der Seite, oder was? Voll easy. Da nehmt einfach ein bisschen was von der Kante mit. Perfekt. Perfekt. Du meinst da drauf zu kommen? Ja. Ja, das ist so... Der Punkt hört sich richtig nochmal. Da hoch zu kommen dann nur, ist halt ein bisschen schnell. Na. Was? Ich check's nicht. Ganz hoch muss ich ziehen. Ich bin froh... Oh, ich hab ihn! Oh. Ich dachte ich wär vorbeigeflogen. Wieso... 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 Wieso man den bekommen? Wie hab die den bekommen? Wichtig geil. Voll viel Farben. Ja... Ah, scheiße. Muss ihn ganz bisschen nach rechts ziehen. Ah, lol. Man kann von hier weiter, oder was? Ja. Das ist so... Was? Ja. Nicht für der Rorsch springen bei sonst. Das ist gar nicht schlimm. Hm. Wann hast du auch für so einen Karrieren? Ja. Ja. Oh, komm, schau. Naja. Na. Bin mir auch ein bisschen zu weit links. Ja. Ne. Hau. Ich weiß nicht mal, was man machen mag. Folge den Tat. Du kommst auch noch. Ah, lol. Okay. Keine Chance. Bin vorbeigeflogen. Nein. Jetzt reicht es. Jetzt reicht es. LOL. Wie? Achso. Oh man. Oh nein. Wo ist der komm? Wieder zu weit links. Alter. Und dazu auch noch viel zu weit. Okay. Zu weit rein. Ist es richtig? Nein. Wie ist der? Ja. Wie ist der? Ist der? ach so man muss ich hab den ich bin einfach falsch umgefahren du brauchst keinen perfekten speaker du kannst einfach der bremsen weiter fällig als habe ich jetzt hier für den wagen habe ich schon irgendwo gesehen ich hab's nur geschafft deswegen ich hab dir geholfen was wie soll man den punkt schaffen hä wo wies man man weiß man ja wo wies man zwei dreist was soll man das so machen was man muss auch noch schräg springen oder oder ja man muss glaube ich so hä das macht nur sinn was ich hier mache wirklich ja aber muss man dann so man bekommt gar nicht genug speed hier auf der plattform ok ich glaube ich hab's außerdem gecheatet hast du den punkt ne ja dann ne den vorherigen der ist ja eh tommy kommt hier mit mega speed an ja es ist der weg wir müssen einfach die rampe davon und dann wieder landen oder ich hab das auch ohne aber nachfüllen ne ich glaub ich hab's doch nicht ich dachte ich probier's mal aber ja man hat doch gar nicht genug speed hier auf der rampe oder weiß ich doch hatten ja ne man muss nicht direkt in den punkt sondern die rampe bevor man spawnt ich hab's doch nicht ja da schafft man es doch nicht zu landen hör mir auf hör mir auf zu kurz? ernsthaft? ich bin vor der rampe gelandet rip me in jetzt ist zero vielleicht bestimmt auch schon hin ja im kopf der krank gefahren sogar haha halloo was kannst du sagen wollen? nein los geht's lol explodiert so und jetzt so wo lang? ob wir hier langjumpen mal ah johans ja jetzt auch beim ersten erstmal neben die sch– 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 ach jetzt konnt ich nicht gerade auffahren ne h– h– das lustige ist ich guck's bei Verbesser ab was genau ist und hab's ich hab ihn aber vorher rausgerampft und das erst nicht machen kann h– 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 5.000 checkpoints oh komm man da wird mumeka geprankt er schreibt easy 20 minuten challenge in 8 ich hab das so schon gesehen wo der Punkt er macht's nicht gut, er bleibt stecken er ist zurück ja bin ich sogar ich krieg den Punkt nicht mega ohne embo der Aktion nein Ich lechne das so, ich bin jetzt noch mal zugekommen. Ey, was war das jetzt? Er ist los. Er ist halt echt zu langsamer. Come on! Tomi, richtiger Backseek-Gamer. Das mach ich immer bei Geekamer. Okay. Irgendwer ist schon hier, verpest oder was? Ja. Geh mal weg. Ja, weißt du, wer das jetzt? Oh ja, perfekt. Was für Gelack, Junge. Easy peasy ins Ziel. 10 Minuten, 20 Minuten Challenge in 10. Easy. Na na. Wohin? Ey, was willst du denn machen? Na. 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 Du musst nach links? Na. Ja. Er fliegt vorbei. Weil mir geht's nicht. Weg. Nichts. Seh, ich schaff das wirklich. LOL! Ah, fast geschafft. Ja, da passt. Für Wanksmanks ist das eine 20-Minuten-Channel. Ja, passt. Halt doch die Klappe. So bist du schnell? Ja. Ja. Schade. Jetzt bekommen sie den Punkt. Ja, so. Ja, mit den Schäden. Ach, scheiße. Obwohl das Spiel nicht klappt. Bei mir klappt das auch nicht. Ich lege mich da unten immer aus dem Maul. Das ist egal. Du brauchst doch keinen Speed oder so. Einfach weiterfahren. Jetzt hat's geklappt. Mach ich's da falsch? Alles. Äh, ich bin auf der Röhre. Ja, bisschen weit hier. Und mal mit diesem Tipp. Oh nein, ey. Ich glaube, always has thought swinging. Mal fest wie zu weit. Soll ich dich blocken, oder? Ohohohooh. Sehr locker. Scheiße. Nein. You're last right? Oh no. No Oh, noch kannst du Der Punkt war, ich bringe es auf den Boden Wir haben doch keinen Scheiß auf alle Röhre, Mann Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben Schaut auch bei Verpester und Higo vorbei Bis dann, hört rein, ciao Gehtne Hanf Untertitelung des ZDF für funk, 2017